Ich bin Bernd Hinsmann und ich bin beim INCOTA-Netzwerk für Kampagnen und Bildungsarbeit zuständig. Und INCOTA-Netzwerk ist eine entwicklungspolitische NGO oder nicht Regierungsorganisation. Und wir haben so ein Motto, gemeinsam für eine gerechtere Welt. Vor allem in den letzten Jahren, diese Trend zu Fast Fashion, immer schneller ein Kollektionswechsel, immer schneller neue Angebote und auch vor allem die Zielgruppe der Jugend zu animieren, dass sie diese kaufen müssen, brauchen müssen und dergleichen mehr hat dazu geführt, dass eigentlich massive Menschenrechtsverletzungen bei der Herstellung von Bekleidung vorhanden sind, also dass Menschen einen Lohn bekommen, von dem sie eigentlich nicht leben können, dass es immer noch Kinderarbeit gibt, dass beispielsweise auch Menschen, wenn sie protestieren, wie jetzt aktuell in Bangladesch, für einen besseren Lohn, dass sie inhaftiert werden, dass Gewerkschaftsbüros geschlossen werden, dass sie gefeuert werden und auch unter Anklage gestellt werden. Das können wir nicht weiter hinnehmen und da muss sich was ändern. Und da kann sich nur etwas ändern, indem wir als Einzelne sagen, also Schluss, immer mehr Klamotten brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich Klamotten, die für würdige Arbeits, menschenwürdige Arbeitsbedingungen stehen, für eine saubere Umwelt und eine individuelle Entscheidung ist auf jeden Fall, wenn man nicht jeden Tag einkaufen geht und auch nicht jeden zweiten, wenn man also auf bestimmte Sachen verzichtet und auch nicht jedem Trend hinterherläuft. Also in der Auswahl der Produkte, dass es langlebige, nachhaltige Produkte sind, dass man auch nicht alles braucht, das ist schon mal eine konsequente Entscheidung, die vielleicht nicht immer leicht ist, durchzuhalten. Aber da hat man im privaten Bereich auf jeden Fall Einfluss. Man kann beim Einkaufen auch nachfragen, wie sind denn die Produkte hergestellt, sind da die Menschenrechte geachtet, ist da die Umwelt geschützt? Und das haben wir ja als Kampagne erlebt, Kampagne für saure Kleidung, dass da tatsächlich auch in den letzten Jahren damit ein Druck ausgelöst wurde. Und unterdessen gibt es ja gerade, was die Umweltstandards betrifft im Bereich Textilien, was aber auch die Menschenrechte bei der Arbeit betrifft, schon Unternehmen, die etwas anbieten können, weil sie sich auf den Weg gemacht haben. Also Mitglieder der Fair Wear Foundation oder die das GOTS-Siegel für Baumwolle nutzen. Das sind zwei Elemente, die zwar unterschiedliche Bereiche der Lieferkette adressieren, aber wo man sagt, es geht, wenn man es anders will, wenn auch noch nicht hundertprozentig. Dann kann man sich entscheiden, da einzukaufen. Und somit unterstützt man ganz konkret eben nicht nur einzelne Menschen, sondern eben einen Trend, den es schon in der Gesellschaft gibt, Dinge zu verändern. Ich würde das auch an dem Beispiel festmachen, wo der Anlass eine Katastrophe war. Und zwar in den Medien hier, aber nicht nur in den Medien, ich glaube, bei jedem Einzelnen im Kopf und letztlich im Herzen ist angekommen, so eine Katastrophe wie Rana Plaza, dass ein ganzer Gebäudekomplex zusammenstürzt, dass Menschen zu Tode kommen, dass viele auf ihr Leben hin geschädigt sein werden, dass viele auch keine Arbeit mehr haben werden, damit auch das Einkommen für die Familie nicht da ist. Sowas darf nicht mehr passieren. Das ist untragbar. Im Gleichen war ja noch Tazrin und Ali Enterprise eine weitere Katastrophe. Und es hatte am Anfang den Anschein, dass alle schockiert sind, der Einzelne, wie auch sogar in der Politik. Aber es passiert nichts. Nach öffentlichem einzelnen Menschen und der Kampagne für saubere Kleidung, international auch der Gewerkschaften, hat Politik einen anderen Rahmen gesetzt und letztlich eine Initiative unterstützt, die für mehr Gebäudesicherheit und eben auch letztlich für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen tut und will weiterhin, nämlich das Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch, der Akkord. Da sieht man, dass wenn die Politik, auch die EU, klare Rahmensetzungen setzt und sagt, wir wollen, dass sowas nicht mehr passiert und dann müssen wir über die Veränderung der Handelsabkommen mit Bangladesch nachdenken, dass das eine absolute Wirkung hat und zwar, dass überhaupt auch die bangladeschische Regierung sich beteiligt hat an diesem Abkommen. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht das weiter? Also es braucht wieder neue politische Aufmerksamkeit, dass dieser Akkord, dieses Abkommen für Gebäudesicherheit weitergeht. Ähnlich, was ich eingangs schon sagte, dass da über 60 Gewerkschafter inhaftiert wurden, weil Menschen auf die Straße gegangen sind um Weihnachten in Bangladesch, also im Dezember, für bessere Löhne, für einen Lohn, von dem man leben kann und dann kam es zu den Inhaftierungen. Da war ganz klar ein Zeichen, und das muss man sagen, hat sich verändert, auch von Unternehmen, die gesagt haben, das geht nicht. Man kann sich nicht als bangladeschische Regierung für ein Textilbündnis, also nachhaltige Textilen, committen und dann bei dem zentralen Punkt der Gewerkschaftsfreiheit und den berechtigten Forderungen so brutal und radikal vorgehen. Das ist ein Widerspruch. Wir brauchen da andere Regularien, und die müssen vielseitig aussehen, damit letztlich Unternehmen auch zur Verantwortung und zur Sorgfaltspflicht genötigt sind, aber ebenso die Opfer zu ihrem Recht kommen. Lösungen im Einzelfall sind gefunden worden, aufgrund öffentlichen Drucks, aufgrund politischen Handelns, aber eine grundsätzliche Regelung, die steht noch aus. Und es gibt sogar einen interessanten Rahmen, den es vorher auch noch nicht so gab, nämlich die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und da sind eigentlich alle Regierungen aufgerufen, einen nationalen Aktionsplan zu machen, damit eben Menschenrechte bei der Arbeit nicht mehr verletzt werden, damit die Umwelt nicht weiter so zerstört wird wie bisher. Das wäre eine gute Sache, wenn mehr Menschen auch so eine Anliegen unterstützen. Deswegen lanciert in Kota auch immer Online-Kampagnen, also beispielsweise Menschenrechte ins Gesetz. Das war eine Online-Kampagne, die wir dann übergeben haben, auch der Bundesregierung. Da kann jeder Einzelne mittun. Wir planen jetzt auch in diesem Jahr wieder einen Aktionsworkshop. Da geht es gerade um Schuhe und Leder, wo man inhaltlich miteinander diskutieren kann. Aber klar, die Idee ist, dass man auch mit Aktionen wieder in der Straße und auf der Straße sichtbar wird. Also das haben wir in diesem Jahr auch wieder vor, Change Your Shoes. Da geht es also um Leder und Schuhe. Da kann man mitmachen, auch dann auf die Straße, auch bei sich beispielsweise die Aktionselemente ausleihen und dort was machen. Das funktioniert gut und das wird sichtbar, vor allem auch, weil es dann Medien aufgreifen. Weil das ja immer eine Frage ist, kann man es denn umsetzen und wie macht man es denn? Haben wir seit dem letzten Jahr, und da gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, einen Aktionspreis und zwar für die beste in dem Sinne oder innovativste Aktion von Einzelnen oder von Gruppen, nämlich dass die Mode tatsächlich und die Fashion fair wird und auch die Schuhe fair wird. Und der Preis heißt die spitze Nadel und im vergangenen Jahr haben wir drei wirklich sehr unterschiedliche, aber doch sehr motivierende Aktionen auch mit diesem Preis, in dem sie ihn beglücken oder ausstatten können. Und gerade die Jugendgruppen und Fashion Revolution, die werden ja in diesem Jahr weiter aktiv sein. Und sowas wünschen wir uns, weil wir merken, in den Diskussionen mit Unternehmen, in den Verhandlungen auch jetzt im Rahmen des Bündnisses für Nachhaltige Textilien, dass das eigentlich auch uns Rückenhalt gibt, weil nämlich dadurch deutlich wird, es sind nicht einzelne Spinner, die sagen, das ist untragbar, was da stattfindet, sondern das ist ein Grundproblem, vor dem unsere Gesellschaft auch steht. Es kann nicht so weitergehen, wie im Moment Produkte in Ländern, die außerhalb des europäischen Radars sind, hergestellt werden. Menschenrechte bei der Arbeit müssen geachtet werden und die Umwelt geschützt. Menschenrechte bei der Arbeit müssen geachtet werden,